Der Narr liest die Katzen von Ultar von H.P. Lovecraft. Es heißt, dass in Ultar, das jenseits des Flusses Sky liegt, kein Mensch eine Katze töten darf, und dies glaube ich gern, wenn ich meine Katze betrachte, die schnurrend am Feuer sitzt. Denn die Katze ist geheimnisvoll und vertraut mit sonderbaren Dingen, die der Mensch nicht sehen kann. Sie ist die Seele des alten Ägyptus und birgt Geschichten aus vergessenen Städten in Mero und Ophir. Sie ist die Verwandte der Herren des Urwaldes und Erbin der Geheimnisse des uralten und finsteren Afrika. Die Sphinx ist ihre Cousine und spricht ihre Sprache, doch ist sie älter noch als die Sphinx und erinnert sich an das, was jene vergessen hat. In Ultar wohnten, noch ehe die Bürger das Töten von Katzen untersagten, ein alter Mann und dessen Frau, die Vergnügen daran fanden, die Katzen ihrer Nachbarn zu fangen und zu schlachten. Weshalb sie das taten, weiß ich nicht, nur verabscheuen viele die Stimme der Katze in der Nacht und nehmen es übel, dass Katzen im Zwielicht verstohlen durch Höfe und Gärten huschen. Doch welchen Grund sie auch gehabt haben mochten, jener alte Mann und seine Frau gefielen sich darin, jede Katze, die sich ihrer armseligen Hütte näherte, einzufangen und zu töten. Aus den Geräuschen, die nach Anbruch der Dunkelheit zu vernehmen waren, schlossen viele der Dorfbewohner, daß die Art und Weise des Tötens überaus eigenartig sein mußte. Doch die Dorfbewohner besprachen solche Dinge nicht mit dem alten Mann und seiner Frau, wegen des Ausdrucks, den ihre verwelkten Gesichter gewöhnlich zur Schau trugen, und weil ihre Hütte so klein war und versteckt lag im Dunkel der großen Eichen eines vernachlässigten Hofes. In Wahrheit fürchteten die Katzenbesitzer diese sonderbaren Leute noch mehr, als sie sie hassten, und anstatt sie als brutale Mörder zu beschimpfen, gaben sie lediglich Acht darauf, daß kein geliebter Stubentiger oder Mäusefänger in die Nähe der entlegenen Hütte unter den finsteren Bäumen streunte. Ging durch eine unvermeidliche Unachtsamkeit eine Katze verloren und vernahm man nach Einbruch der Dunkelheit jenige Räusche, dann jammerte der Betroffene in seiner Ohnmacht, oder er tröstete sich und dankte dem Schicksal, daß es keines seiner Kinder war, das auf diese Weise verschwand. Denn die Menschen von Ulta waren einfältig und wußten nicht, woher alle Katzen ursprünglich stammen. Eines Tages betrat eine Karawane seltsamer Wanderer aus dem Süden die schmalen gepflasterten Straßenultars, dunkle Wanderer waren das, und anders als das sonstige umherziehende Volk, das zweimal im Jahr durch das Dorf kam. Auf dem Marktplatz sagten sie gegen Silber die Zukunft voraus, und von den Händlern kauften sie farbenprächtige Glasperlen. Welches das Heimatland dieser Wanderer war, vermochte niemand zu sagen, doch man sah, daß sie sich sonderbaren Gebeten widmeten und auf die Seiten ihrer Wagen sonderbare Figuren mit den Leibern von Menschen und den Häuptern von Katzen, Falken, Widdern und Löwen gemalt hatten. Der Anführer der Karawane trug einen gehörnten Kopfputz mit einer merkwürdigen Scheibe zwischen den Hörnern. Zu dieser eigenartigen Karawane gehörte ein kleiner Junge, ohne Vater oder Mutter, dessen ganze Liebe einem winzigen schwarzen Kätzchen galt. Die Pest war ihm gegenüber nicht gnädig gewesen, doch hatte sie ihm dieses kleine Pelze gewesen gelassen, um seinen Kummer zu lindern, und ist man noch sehr jung, so vermag man in den lebhaften Possen eines schwarzen Kätzchens großen Trost zu finden. Und so lächelte der Junge, den die dunkelhäutigen Menschen Menes riefen, häufiger als er weinte, wenn er auf den Stufen eines merkwürdig bemalten Wagens saß und mit seinem anmutigen Kätzchen spielte. Am dritten Morgen des Aufenthaltes der Wanderer in Ulta konnte Menes sein Kätzchen nicht finden. Als er auf dem Marktplatz laut schluchzte, berichteten einige Dorfbewohner ihm von dem alten Mann und seiner Frau und von Geräuschen, die man in der Nacht vernahm. Als er diese Dinge hörte, verstummte sein Schluchzen und wich einem tiefen Nachdenken und schließlich einem Gebet. Er schreckte seine Arme der Sonne entgegen und betete in einer Sprache, die kein Dorfbewohner verstehen konnte, denn ihre Aufmerksamkeit wurde vom Himmel und den sonderbaren Formen, die die Wolken annahmen, beansprucht. Es war sehr eigenartig. Doch als der kleine Junge seine Bitte vorbrachte, schienen sich schattenhafte, nebelartige Gestalten fremdartiger Wesen über ihnen zu formen, Zwitterwesen, gekrönt mit hornumfassten Scheiben. Die Natur ist voller Sinnestäuschungen, um die Fantasievollen zu beeindrucken. In jener Nacht verließen die Wanderer Ulta und wurden nie wieder gesehen. Die Einwohner waren besorgt, als sie bemerkten, dass im gesamten Dorf keine einzige Katze mehr zu finden war. Von jedem Herd war die vertraute Katze verschwunden. Große und kleine Katzen, schwarze, graue, gestreifte, gelbe und weiße. Der alte Kranon, der Bürgermeister, schwor, dass die Dunkelhäutigen die Katzen mit sich genommen hatten, um die Ermordung von Menes Kätzchen zu rächen. Und er verfluchte die Karawane und den kleinen Jungen. Doch Niet, der hagere Notar, erklärte, dass der alte Mann und sein Weib viel eher in Verdacht zu ziehen seien, war doch deren Hass auf Katzen berüchtigt und wurde stetig dreister. Dennoch wagte noch immer niemand, seine Beschwerden dem finsteren Paar vorzubringen. Selbst als der kleine Atal, der Sohn des Gastwirtes, schwor, er habe in der Dämmerung gesehen, wie alle Katzen von Ultar auf jenem verfluchten Hof unter den Bäumen sehr gemächlich und feierlich in einem Kreis um die Hütte geschritten seien, je zwei Seite an Seite, so als übten die Tiere einen unerhörten, tierhaften Ritus aus. Die Dorfbewohner wußten nicht, wie viel Glauben sie einem so kleinen Jungen schenken sollten, obwohl sie befürchteten, das böse Paar habe die Katzen mit einem Zauber in den Tod gelockt. So zogen sie es doch vor, den alten Mann nicht zur Rede zu stellen, solange sie ihn nicht außerhalb seines finsteren und abstoßenden Hofes antrafen. So ging Ultar in vergeblichem Zaun schlafen, und als die Menschen im Morgengrauen erwachten, siehe da, da war jede Katze an ihrem gewohnten Herd zurückgekehrt. Groß und kleine, schwarze und graue, gestreifte, gelbe und weiße, keine fehlte. Sehr geschmeidig und fett schienen die Katzen, und schnurrend bekundeten sie ihre Zufriedenheit. Die Bürger besprachen die Angelegenheit untereinander, und sie waren nicht wenig erstaunt. Der alte Kranon beharrte darauf, dass die Dunkelhäutigen die Tiere mitgenommen hatten, da Katzen aus der Hütte des alten Mannes und seiner Frau niemals lebendig zurückkehrten. Doch alle waren sie sich in einem einig, dass die Weigerung aller Katzen, ihre Portion Fleisch zu fressen und ihre Schale Milch zu trinken, in höchstem Maße sonderbar war. Und zwei ganze Tage rührten die geschmeidigen, faulen Katzen von Ultar kein Futter an und dösten nur am Feuer oder in der Sonne. Es dauerte eine ganze Woche, bis die Dorfbewohner merkten, dass in der Abenddämmerung kein Licht in den Fenstern der Hütte unter den Bäumen brannte. Dann stellte der Hage Renit fest, dass niemand mehr den alten Mann oder seine Frau seit der Nacht, als die Katzen verschwunden waren, gesehen hatte. Nach Verstreichen einer weiteren Woche entschloss sich der Bürgermeister, seine Furcht zu überwinden und der sonderbar stillen Behausung einen Pflichtbesuch abzustatten. Doch vorsichtshalber begleitete ihn Chang, der Schmied, und Thul, der Steinmetz, als Zeugen. Als sie die schwache Tür aufgebrochen hatten, fanden sie nur dies, zwei sauber abgenagte menschliche Gerippe auf dem Lehmfußboden und eine Reihe eigenartiger Käfer, die in den schattigen Winkeln krochen. In der Folge gab es viel Gerede unter den Bürgern von Ultar. Zart, der Leichenbeschauer, disputierte lange mit Nied, dem hageren Notar, und Kranon und Chang und Thul wurden mit Fragen überhäuft. Auch der kleine Atal, der Sohn des Gastwirts, wurde genau befragt und mit Süßigkeiten belohnt. Sie sprachen von dem alten Mann und einer Frau von der Karawane, der dunkelhäutigen Wanderer, von dem kleinen Menes und seinem schwarzen Kätzchen, von Menes Gebet und dem Himmel während dieses Gebets, von den Taten der Katzen in der Nacht, als die Karawane fortzog, und von dem, was man später in der Hütte unter den dunklen Bäumen auf dem abstoßenden Hof fand. Und schließlich erließen die Bürger jenes bemerkenswerte Gesetz, von dem sich die Händler in Harteck erzählen und über das Reisende in Nier streiten, jenes Gesetz nämlich, dass in Ulta kein Mensch eine Katze töten darf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017